Was ist das für ein Land, das so unglaublich schöne Gebirge und Gebirgsformationen zu bieten hat? Und dann wieder diese grässlichen Tourismusburgen, von denen man auf Wikipedia lesen kann, dass sie nur von Juni bis August bewohnt sind und danach das ganze Jahr über leer stehen. Und schon um halb sechs und an manchen Stellen des Strandes Schatten werfen, weil die Hochhäuser die Sonne verdecken. Was ist das für ein Land, in dem bei all die für dieselben Waren 30% höhere Preise verlangt werden als in Deutschland. Und dann wieder solche Fels, die jetzt am Abend hier werden wir sehen. Sollte